Herzlich willkommen zurück zu Splatoon im Multiplayer. Heute gehen wir wieder auf eine Waffe und zwar... also auf eine andere Waffe und zwar auf die Airbrush, komm. Versuchen wir die Airbrush mal. Wir wollen ja nicht immer nur mit dem Roller spielen. Gehen wir wieder in den Rangkampf. Ich steige wieder ab. Ich schiebe es mal nicht auf den B-Fluch. Eigentlich doch, weil... ach ja, ich sag nichts dazu. Ich will nicht mehr so viel fluchen über das Spiel. Ich kann ja auch einfach Ranked nicht spielen. Aber Ranked ist einfach zu spannend teilweise. Ohne Ranked wäre ja auch langweilig. Was aber nicht so langweilig wäre, wenn Ranked mal die andere Map spielen würden und nicht immer das Blauflossendepot. M3 Airbrusher und die haben einen Pinseltypen. Okay, der Pinseltyp wird stressig. Wir müssen links rum, Leute. Alter. Oh nein. Ich das schon wieder sehe, ne? Jetzt ist er wach. Okay. Das schon immer sehe, dass die Leute da am Spawn stehen. Und nichts machen. Fischplack. Oh. Oh Gott, da habe ich Glück gehabt, dass er unfähig war. So, den haben wir auch gekriegt. Oh fuck, ich bin dumm. Ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin dumm, ich habe mich vertan. Oh Gott. War richtig dumm. Was passiert da? Ich gehe da mal hoch. So, machen wir den mal den Weg hier kaputt. So. So. Verratet mich doch nicht, ey. So. Wir wohnen uns jetzt hier. So. Ah, den haben wir auch gekriegt. Okay, okay. Ich habe viele Kills geholt und viele Gegner aufgehalten. Das muss so bleiben, Leute. Das muss so bleiben. Wehe, ihr versaut das jetzt noch. Ich habe so eine gute Vorlage. Ich dachte, was fliegt da. Das war so eine schöne Vorlage bis jetzt. So, wir gehen jetzt wieder hier hoch. Ah, der Pinselmann läuft hier öfter lang. Wieso ist hier jetzt direkt... Oh, der kommt immer zu mir. Oh Gott. So, ist das neutrales Gebiet? Komm von hinten. Halten einfach rein da. So. Oh, gut, dass die immer gleichzeitig sterben. Das lohnt sich wenigstens noch dann. Wenn man nur alleine stirbt und der überlebt, das ist immer sehr, sehr, sehr kacke. So, jetzt springen wir da mal. Oh, fuck. Da ist einer gestorben. Da kommt der doch von hinten, Mann. Warum ist der gestorben? Und das ist der Disconnect. Ist einfach verschwunden. Ah, der ist dann Special. So. Aber hat sie nicht genutzt. Okay, der will mich holen. Bei dem er einfach rumkommt. Da war er. Okay, wieder beide gestorben. Das lohnt sich dann. Das nehme ich gerne hin. Aber leider ist mein ganzes Team gerade gestorben und die können jetzt einmal hier die Base übernehmen. Und wir kriegen Dickpunkte dazu. Kacke. Loll. Warum bin ich gestorben? Ein Disperser. Und er ist an der Mine gestorben. Sehr gut. Können es meine Jungs da hin? Schnell. Weil die Gegner waren fast alle tot. Wir müssen da jetzt auch erstmal hin. Danke. Kann man draufhalten. Komm, 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 komm. Ja, alle drauf. Der Rest der da ist, bitte färben. Da ist noch einer. Nice. Wir springen hin, wir springen hin, wir springen hin, wir springen hin. Los. Wir sind einfach reingeraten mit unserer... Eine Airbrush-MG-Team ist natürlich auch krass, ne? Die halten einfach drauf. So eine Wand aus Farbe, die da auf dich zugelaufen kommt, ist natürlich schon heftig. Ah, den anderen habe ich nicht erwischt. Aber der, der mich gekillt hat. Ich bin gerade so Kamikaze-Typ. Halt auf den Zähler. Tika. Alles mal. Lauf los. Halt auf lange rumzustehen. Wann haben wir da zwei oder... Wieso sterbe ich eigentlich immer gleichzeitig mit dem, den ich gerade angreife? Ist das irgendwie gepatcht worden? Ist das schlimmer geworden? So, wir haben gewonnen. Yes. Endlich mal eine Runde gewonnen. Ich will sehen, wie viele Kills ich gemacht habe. Das war nämlich richtig gut eigentlich. Gut aufgeräumt. Das war eine schöne Runde. Und zwar habe ich 16-7. Holy moly. Nice. Das ist immer gut. Okay. Noch eine Runde. Noch eine Wahnsinnsfahrt. Eine schnelle Runde. Guck mal, ob dieser Tiga, wer da dabei ist, der gerade AFK war. Ich glaube es nämlich schon fast nicht. Ah doch. Oh nein. Bitte sei nicht in meinem Team. Der war am Anfang so lange AFK. Und das ist immer... Äh. R. Ist der beste Name überhaupt? R. Die arme Stufe 15 und 14 Menschen. Diese armen Menschen. Das ist immer doof. Die haben nie die gleichen Waffen. Das ist immer ein bisschen doof. Dann... Könnten sie ja vielleicht irgendwie andere Strategien machen und so. Und das ist immer doof, wenn dann die Level 20er kommen. Ach du großer Gott. Ein Roller. Okay. Äh. Links rum. Wir haben vier Airbrusher. Das ist richtig krass. Wie soll das nur enden? Oh. Die kommen aber fast gleichzeitig hin. Oh. Fuck. Ja. Moment. Ich geh da schnell hoch. Oh. Fuck. Ich hab gehört, dass er da ist. Ist aber nur der Medusa-Kleckser. Alles klar. Einer geht rechts rum. Okay. Haben wir geholt. Weiter. Einmal quer drüber spritzen. Ja. Da kam eine Spürbombe. Kein Ding. Nein. Ich bin gerade scheiße. Ich bin scheiße. Ich war scheiße. Ich war einfach kacke. Und dann dachte ich kurz... Ja. Nice. Dachte ich kurz jetzt ein Schild an. Und dann war vorbei. Manchmal wünsche ich mir dann doch die Bewegungssteuerung. Aber das ist zu krass zum Ungewöhnen. So schnell da hinten alles blau machen, Jungs. Wie kommen wir jetzt hier runter? Gut. Wenigstens ist Mario mit drauf gegangen. Wurde mich nämlich in der Luft abschießen. So ist es ja nicht. So, komm. Jetzt sind wir in eine dicke Wand aus Airbrush. Das müssen wir nur aufpassen, dass die nicht von hinten kommen. Ein bisschen sauber machen. LOL. Nice. Hab ich auch nie? Ach, ich hab auch nie. Gott, wenn ich jetzt rauf gegangen wäre, ne? Oh fuck. Wenn ich drauf gehen. Nice. 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 Gott dammit, da war der Tinten-Titan. Den kommt man nicht killen mit der Mine. Aber wir haben krasse 10 Punkte geholt. Schnell auf den Roller-Guy. So, den haben wir geholt. Schnell, schnell, schnell. Das war nicht mein Kill, aber ist ja egal. Ah, hab ich beide gekriegt. Nee, der andere wurde von einem Teamkollegen gekriegt. Und wir haben gewonnen. Jawoll. Nice. Das ging fast schon zu schnell. Da muss noch der dritte, ja. Juhu. Airbrush-Team. Das ist schon krass. Das ist so eine Wand aus Farbe, die dann auf einen zuläuft. Und da sind wir wieder bei 60. Nice. Haben wir wieder den Verlust der letzten Folge rausgeholt. Und nochmal ne Runde. Eine schnelle Runde noch. Nochmal schnell gewinnen. Sollte ich nicht sagen. Dann verliere ich jetzt. Ich sag's am besten nicht. Nein. Und mir wurde geschrieben, dass die einen, zwei Lieder doch hier die neuen Lieder waren. Das nicht. Das auch nicht. Auf jeden Fall waren sie zu hören. Und ich habe sie nicht erkannt. Ich weiß nicht warum. Am Anfang erkenne ich die nicht. ähm. Pee wie die dorn. Gibt wir den letzten Namen gelesen? Ich habe meinen Hirn hat jetzt übrigens ausgeschaltet um diesen Namen zu entzufangen. Boah das hat's nicht geschafft. Okay das ist schon wieder so ein bisschen Airbrush Team. Oh ein Platscher. Ah der könnte ein bisschen Ärger machen. Der hat natürlich mehr Reichweite als wir. Aber die haben wieder den Roller-Typen im Team. War nicht so schlimm. Minen, weg gehen Leute, die machen Minen Ah, was wär, wie Der hat mich noch nicht getroffen, kannst du mir nicht erzählen Oder ganz woanders Sind alle gestorben? Ne, er läuft irgendwo andersrum Oh, ich hab ihn getroffen LOL Kacktyp Kann gut mit dem Roller springen Ein Spawner Ne, ist klar, warte, den holen wir uns Da wird nicht gespawnt, Freunde Wir verlieren, glaub ich, die Runde Da wird nicht gespawnt Da wird nicht gespawnt So, oh fuck Natürlich kann er das Schneller abchecken und mich killen Leute, ich hab eine Rakete hingeschickt Komm, mach panik immer Der Rollertyp, ne, der geht mir so auf und sagt Der passt auf, dass da keiner vorbeikommt Der muss weg Ach, hier war nicht gerade Schnell Natürliche Mine Aber ich hab ihn gekriegt und wir verlieren trotzdem Das war ein schneller Verlust Aber gesagt, eine schnelle Runde Und ich hätte nicht sagen sollen, wir gewinnen schnell Das hat sich nachtragend auf diese Runde ausgewählt Ah Das war nicht gut Ich schieb's auf Erde, der hat keinen einzigen Kill gemacht Der Rest hat alle einen Kill gemacht Naja, gut Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Splatoon Ich hoffe, morgen kommt dann die Folge mit den neuen Waffen Oder, ja Weil es kommen jetzt irgendwie welche Gestern Für euch Glaube ich Und, naja Ne Ich komme bei mir mal ein bisschen später Weil ich kann es nicht aktuell aufnehmen Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Kommentare und Bewertungen nicht vergessen Wieder fast vergessen zu erwähnen Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal